20 Uhr, schade. Also, wirst du jetzt streamen oder nicht? Ich hoffe auch. Das Tagebuch der Frau von Reverend Wickwood. Ihr Ehemann John erbaute gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Anwesen der Hawkins, Hilltop genannt. Sie gehörten zu den ersten Weißen Siedeln der Insel. Die vorherigen Bewohner verschwanden unter mysteriösen Umständen drei Jahrhunderte zuvor. Old Diary. Dr. Fuller und seine, seine Harems-Bahn. How old is Fuller, really? 1849. Wie alt ist denn der? Stand hier nicht, welche Zeit wir haben? Das war ja irgendwas mit 1900. Er ist ein Fisch. Also, es würde mich nicht wundern, wenn er auch so ein Fischmensch ist. Das Buch lesen. Ähm... Dieses wird... Das wird dein Schicksal verändern. Oh nein. Ist das rechts nicht unten das Monster, was aus dem Bild kam, letztens? Einerseits hier, andererseits würde ich nicht weiterschauen. Da ich sehr oft streame, würde ich... Weiß ich nicht. Stream ruhig. Ich streame sehr oft und Wochenende hast du ja nicht so oft. Deswegen... Stream ruhig. Hab Spaß. Kannst du ruhig machen. Ich streame in der Woche... Ach ja, du hast Spätstich bestimmt, ne? Ja, das ist doof. Diese Sammlung... Ach, ich kann schon nicht lesen. Katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mystischen... My... My... Alter! Mythischen Kreaturen. Heute ist es ganz schlimm. Ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit, äh, phantasmagorischen Bildern illustriert. Mhm. Das ist das Vieh, was aus dem Bild kam, ne? Oh mein Gott. Mich ge... Gejagt hat. Ich hoffe, das verfolgt uns jetzt nicht hier. Red ich halt zu wenig. Ich finde nicht, dass du zu wenig zuschaust. Ich meine, wenn du auch streamen möchtest, dann mach das. Hallo, Marky. Wie geht's? Schlaftabletten. Jeder nimmt Schlaftabletten. Was ist hier los? Seine Visionen sind die Realität. Das ist auch ein bisschen creepy. Der Bot ist Auskiller. Ich hatte heute keine Lust, den anzumachen. Weiß nicht. Ich darf also wieder nicht entdeckt werden. Oh nein. Verbrenne die Typen. Schön wär's. Ich darf nicht gesehen werden. Das ist das Problem. Und ihr wisst, wie ich im Schleichen bin. Und da ist dieser ganze Nebel. Diese Gase, die einen wahrscheinlich verrückt machen. Und so was möchte ich auch haben. Da binde ich euch dann fest. Den Abschnitt habe ich gehasst und ich mag schleichen. So ein vollständiges Spielerlebnis musst du gesehen werden. Ich wurde ja schon mal entdeckt. Ich war ja schon hier drin gefangen. Leider. Alles zu. Liefthalb. Ich vermute mal, ich brauche einen Schlüssel. Oder auch nichts. Oh nein. Oh nein, ich mag das jetzt schon gar nicht. Oh, please, no. Was ist passiert? Was hat sich verändert, aber was? Hatten wir schon gelesen. Mit der anderen. Und ich nicht weiß, wo ich hin soll. Und ich bin schreckhaft. Das ist nicht schön. Dieses höchst interessante Buch. Das für ein breites Publikum geschrieben. Achso, das haben wir auch gelesen. Das ist für ihn halt was Neues. Diese Lampe ist anders. Ich kann sie nicht tauschen. Ich kann mich auch nicht verstecken. Ich kann mich auch nicht verstecken. Ich muss mal Angst pipi. Ich war jetzt hier drin. Und jetzt? Ich habe die Tür geöffnet. Muss ich jetzt wieder die Lampe tauschen? Vielleicht? Ich möchte dich nicht erwecken. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Hello, darkness, my old friend. Hülle mich scheiße. Muss ich wieder ins Bild? Wartet, ich hab mal kurz Pause gemacht. Und dann... Keine Ahnung. Ich warte nur, bis dieses Vieh kommt. Bis mit ihren eigenen Haaren im Nacken kitzel. Nein. Das ist auch nicht nett. Ich bin sehr schreckhaft. Hör auf. Paranoid. Oh Gott. Gerade die ganze Zeit, bis dieses Vieh auftaucht. So, die Tür haben wir geöffnet. Wo ist jetzt nochmal die Lampe? Hier. Ist das widerlich. Hat sie das gehört? Okay. 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 Jesus. Jesus, du blöde Kacksau. Okay. Ich weiß nicht, damit es besser rutscht. Vielen Dank. Dann ist ja gut. Dann werde ich doch nicht ersticken. Bekommst du wieder Halus? Nee, nee. Ich bekomme keine. Da ist wirklich ein Monster. In unserem Kopf. Ich bin verwirrt. Ich warte, bis in deinem Fenster zwei Augen auftauchen. Ja, das sind wahrscheinlich dann deine. Wo muss ich jetzt hin? Hallo. Ist hier im Klo etwas? Nein, ne? Hm. Ich bin gerade richtig angespannt. Ich bin gerade richtig angespannt. Mann, du bist so kacke. Oh, die Falsche. Ich bin gerade. Ich bin gerade physisch. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Wenn ich das mache, kommt das Vieh. Weil denn das Licht ausgeht? Und wenn es finster ist, bin ich schutzlos. Hast du 130? Ja, Killer ist... Ja. Hier muss ich die Finger abschneiden. Und nein, Zunge auch. Und deine Zehe. Jemand hat eine Idee, was ich tun soll? Ich möchte einfach nur hier weg. Okay, er kriegt totale Panik. Wenn ich das hier mache. Ich muss irgendetwas mit der anderen Lampe machen. Da komme ich nicht durch. Ja, es ist irgendein Rätsel mit der Lampe. Mit der anderen Lampe. Entweder muss ich etwas Bestimmtes... ...aufleuchten lassen. Was ist denn das da? Was ist das hier? Warte mal. Ah, ist das hier das Bild? Ah stimmt, das wurde doch dann so dunkel. Was willst du von mir? Du bist bestimmt auf der Toilette. Oder auch nicht. Oder doch? Oh nein. Nein, nein, nein. Das Licht geht aus. Oder? Du stinkst. Fett nach Magie. Wo ist die Lampe? Wo ist die andere Lampe? Wo ist die andere Lampe? Ich bin erstmal gekonnt daran vorbei. Cool. Also wenn du den kalten Schaum im Rücken bemerkst, weißt du Bescheid. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Elfenwelt! Dankeschön für dein Haus. Wirst du, wie geht's dir? Rette mich. Hier sind sehr gemeine Menschen im Chat. Das macht mich traurig. Das hier ist aber zu... Okay. Ich komme immer minimal nur einen Schritt voran. Okay. Äh... Ähm... Lampe? Da. Wer ist hier gemein? Fingerheb. So, so. Nein, das ist Horrorunterstützung. Ja, dankeschön. Davon habe ich genug. Ich mache mir gleich in die Hose. Wie das Dregsvieh einfach unsichtbar ist. Wie das Dregsvieh einfach unsichtbar ist. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Hilfe! Was ist das hier mit diesen Spuren? Ich muss da durch, ne? Ich sehe jetzt leider keinen anderen Weg hier. Vielleicht die andere Lampe? Ich habe zuerst nur Call of Duty gelesen und dachte, du spielst Call of Duty. Ja, das Spiel ist halt nicht sehr bekannt anscheinend. Aber ist ganz cool. Oh, du Lusche! Ich schwitze gerade. Es bleibt nicht stehen, sondern fülle die Lampe auf. Ich würde da jetzt feiern, wenn dir irgendwas ins Gesicht springt. Ja, das freut dich dann wieder, oder? Und dabei mache ich nicht mal mit. Ja, Marki. So eines meiner größten Trolle hier. Einer meiner größten Trolle hier. Eines, wow. Ich kann wieder super reden. Hier am Boden ist etwas. Toll. Zurückgehen! Yay! Der ist Call of Sveneta. Ja. Warum schwitzt du so? Weil es mich nervös macht. Ich mag das nicht, wenn mir irgendein Vieh hinterherkommt. Und es dunkel ist. Und der Shad auch mal so nett zu mir ist. Ne? Ich wayne juste nonARS... Von jetzt machen wir jetzt hier. Und jetzt natürlich immer nur ganz... Und dann drah teste das auch schon. Und natürlich... Wo wir jetzt нельзя.